hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play fallout 4 so ich wollte glaube ich endlich mal so genau mir wurde ja gesagt es wäre ein bisschen zu leise eigentlich ist die gesamte lautstärke gar nicht mal so leise es ist eigentlich aber ich mache es mal ein bisschen ich hoffe dass es jetzt so besser ist die musik lasse ich mal so die effekte so die stimmen dann dürfte es so besser sein so ich möchte gerne ok ich muss dann zum polizeireviel campbridge gehen das ist da da gehe ich nicht mehr hin ok dann gehen wir zur backstreet bla 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 weg zur freiheit doch das ist das morgen fällt jeder funknachricht nach das macht das doch mal aus so ah sieht schon mal ganz anders da aus ähm dann gehe ich zur dienten grauerei kleinen moment mal bitte ich musste mich erstmal laut träuspern tut mir leid so ein herd werde ich mir doch irgendwann mal hinstellen mal gucken wann ich den machen kann und nicht wundern wenn ich ab und zu ein bisschen schniefe und so und äh drei jahre mit der stimme aber meine kleine ist krank ich glaube ich sollte mal das radio doch lauter machen sonst sehe ich nie mehr so 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 Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ada. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo diese Karawane ist. Ah, da hinten. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Irgendwie würde ich gerne das zuerst machen. Ich freut mich mal da hin. Ich will mal gucken, ob ich da zuerst hin kann. Ich muss mir als laut räuspern und das will ich euch nicht antun. Deswegen mute ich mich da jedes Mal dafür. Ja komm, lad mal schnell. So. Ich mach mal ganz kurz nochmal das nochmal aus. Und damit ich... Und unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. ...feindlichen Robotern gerade verstanden, aber egal. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann. Ganz kurz. Dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Das ist ein Stiper. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr. Jaaa. Ich... Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Äh, komm ich da irgendwie? Ja. Komm. Ich bin auf dem Weg. Warte mal, ich wollte eigentlich... Ich muss die Gläsermusketensperre noch wegschmeißen. Also ich weg tun. Ich will nicht wegschmeißen. Äh, aua. Jaaa. Jaaa. Das war jetzt sehr intelligent von mir. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Jaaa. 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 Ich hoffe nur, dass es keine Aggressoren sind. Ich will das nicht mehr einfach hier so wegschmeißen. Und die Dosen holen. Ich will das nicht mehr auch so wegschmeißen. Da ist aber das nicht mehr so wegschmeißen. Aber ich gucke zu ihm mal. Es gibt keine Mühe, es gibt keine Mühe. Ich brauche nur noch Simpacks. Okay, ich habe keine Ahnung, was die da jetzt irgendwie... ...probleme hatten, aber egal. Sammeln einfach mal auf, was ich auch sammeln kann. Hier waren auf jeden Fall jede Menge. Ich helfe dir gleich. Ich glaube, hier sind noch einige gestorben, die nicht sterben sollen. Aber mein Gott, ich habe ja nicht alles geklappt. Hier sind echt viele gestorben, sehe ich gerade. Nein, das wollte ich nicht. Hilfe! Ja, leider haben es halt niemand überlebt. Ich wollte mich jetzt nicht hinsetzen. Steh doch auf! Hallo! Stehst du auf! Ah! Inch! Das ist das Einzige, was ich noch machen kann, den Typen. Die Typen hier ausrauben. Jo. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider-Kämpfe sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Dabei wirst du Hilfe brauchen. Dessen bin ich mir bewusst. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Das erledige ich. Ich wünschte, ich hätte das nötige Stimmregister, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ja, komm. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. So, Kotzwerfer schickt Sie nach Sanctuary. Okay, wir haben jetzt Ada bei uns. Nicht cool. Läuft hier zwar allein irgendwo hin, oder muss ich jetzt folgen, oder? Ich hoffe, ich belebe das auch. So. Was ist denn das? Ach du Verstande. Das ist eher ein Gebiet, wo noch zu hoch für mich ist, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, das dürfte, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch sein. Weil allein die hier sind ja schon zu hoch für mich. Hm. Hey. Ich muss hier nicht sofort mit ihr dahin, oder? Ich weiß nicht mehr, ob ich sie überhaupt... Weißt du, da muss ich ja jetzt sofort hin, oder? Hey. Was kann ich für dich tun? Weißt du, das Problem ist, wenn ich jetzt so eiserne Bruderschaft, also diesen Militärfunk nachgehen möchte, sollte ich vielleicht sie nicht dabei haben. Ich weiß es nicht. Hm. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Ich teleportiere mich mal mit der da unten zu Hestas Haushaltsroboter und guck mal, was ich da machen kann. Mein Gott. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Dann sterbe ich wenigstens gernhaft. Ja, ja. Ist so toll. Gerade bin ich so toll. Dann bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, wir laufen 15 bin ich echt noch zu... eigentlich zu nügend dafür. Ich hätte vielleicht noch warten sollen. Wird sich halt alles noch so zeigen. Kann ich sie dann eigentlich auch dann auswechseln gegen Dogmeat zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Ach, musst du mich so erschrecken. Äh. Ja. Da müssen wir lang. Geht's noch da? Ja. Ist ein Dings? Da gewesen. Da gewesen. Ja. Ja. Wer uns fährt? Okay. Wer tut uns nicht? Egal, wir brauchen ihn noch nicht. Kann man es mich mal an? da ist überhaupt nichts dran irgendwie glaube ich hier ein hund holen die einen was? geil, die sind rot, aber ok Okay. So. Oh, da war ein Scharfschützengewehr dabei. Oder noch? So, das ist aber cool. Okay. Der Roboter ist nicht schlecht. Der ist cool. Kann ich ihn dann behalten? Oder? Ich denke, du brauchst du einen Münzler. Cool. Mir tut es leid um die Hunde. Ich hätte schon irgendwie gerne, weiß nicht, so einen Hund eher behalten, als hier umzubringen jetzt unbedingt. Das Maio-Lock-Fleisch, ah, obwohl ich auch bald mal wieder zurück eigentlich sogar. Ich könnte sogar uns einen Hund, glaube ich, holen. Ich will nicht alles verbraten. So, wir haben hier ein wenig Maio-Lock-Fleisch, sehe ich gerade. Okay, ich will nicht alles verbraten, weil ich nicht weiß. Äh, Getränke kann ich nichts machen. Ich könnte eine Gemüsesuppe machen. Aber ich will keine. Aber ich kann Gemüsestärken machen. Das ist cool. Das ist cool. Deine Mutter-Boundy hatte ich sogar. So. Äh. Da runter. Autsch. So. Muss ich denn jetzt hier lang? Ja, muss ich. Papiere, wo muss ich? Ja? Der soll mich auch immer so auf die Karte gucken muss, aber ich habe es halt nicht so in dem Kopf noch. Kommt noch hinterher. Habe ich doch eiskalt dran, kommt dabei auch noch. Geh runter. Ich? Wer bist du? Oh, ich bin falsch. Kommt noch hinterher. Ja, ich laufe noch nicht. Der kommt. Und jetzt mal drauf drücken, um zu gucken, ob er da ist. Das ist die ganze Zeit dieses Notsignal gewesen, dieses Notsignal. Was ist denn los? Ist das jetzt gewesen? Äh. Äh. Eins. Einen Moment bitte. Ah, muss iche. Öh. Hatte ich auf einmal einen Schaden gehabt zum holen? Hä? Ich bin gesprungen Ach gut Häääähäähä Hääähäähä Mitvoi Ii Hääähäähä Käsikö Was ist jetzt? Okay. Wie kommen da bitte noch? Okay, da kommt noch eine ganze Menge. Warte mal ganz kurz. Ich hatte doch irgendwo... Ich hab doch einen Scharfschützengefühl. Das ist aber ein Impro. Da haben wir doch einen. Das haben wir nämlich noch nicht. Oh. 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 Geht doch. Wie war es das hier? Wie war es das hier? Ich kann nicht Kann man da lang kommen? wie es einfach so das klappt aber da war doch gerade eben auch eins, oder? hier hier muss ich doch glaube ich gar nicht rein, oder? sind die auch irgendwo zu sitzen? da muss ich das Ding einfach fließen? gar nichts, wenn die durchgeht hier muss ich auch gar nicht lang, ne? da geht es einfach mal huch was jetzt ist wohl schon gar wo ich je menge essen habe ich wollte mal andere loswerden das wollte ich jetzt nicht, aber egal das da wollte ich rein das stimmt das stimmt irgendwie ist mir die gerade, äh, ist mir eh der sympathischer als Kurzweil so sicher, sicher, ich weiß, dass heute nochmal gespeichert wird, aber trotzdem ich sollte auch langsam mal ein paar alte Speicherstände löschen kann ich aber machen, wenn ich die Aufnahmen beendet habe, was jetzt sowieso gleich der Fall sein wird also eigentlich, normalerweise müsste ich jetzt sagen so, wir machen jetzt hier Pause ich wünsche euch dann einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wenn ihr jetzt das schaut und, ja, wir sehen uns an der nächsten Folge, wenn wir dann diesen Laden da versuchen zu reinigen wenn wir das überleben werden, das wird sich alles noch zeigen also, tschüss! tschüss!